Wie gut, fit und motiviert fühlst du dich morgens direkt nach dem Aufstehen? Das heißt, innerhalb der ersten 5 bis 10 Minuten nach dem Aufstehen, wie hoch ist dein Energielevel? Wie motiviert, wie gut fühlst du dich? Auf einer Skala von 1 bis 10 ist deine Antwort 8 oder höher oder 6 oder niedriger. Es gibt keine 7. Und wenn deine Antwort nicht 8 oder höher ist, dann solltest du dir auf jeden Fall dieses Video anschauen. Was geht Champs und High Performer, Marvin hier von Corner Performance und im heutigen Video sprechen wir über das Thema Schlaf. Und ihr bekommt von mir heute 7 Tipps, mit denen ihr euren Schlaf verbessern könnt. Ganz wichtig, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr wissen wollt, wie ihr fitter, energiegeladener, leistungsfähiger werdet, um im Business, im Sport besser zu performen, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und bleibt auf jeden Fall dabei. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei unter strong-together-pt. Und es ist auch nicht das erste Video, was ich zum Thema Schlaf mache. Und wahrscheinlich ist es auch nicht das erste Video, was du zum Thema Schlaf siehst. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass das Video nicht unfassbar wichtig für dich ist. 7 Tipps und unter diesen Tipps werdet ihr nicht sowas finden, wie reduziere halt Stress oder schlafe halt einfach ein bisschen länger. Nein, sondern es sind wirklich Tipps, die ihr anwenden könnt, die ihr vielleicht auch noch überhaupt nicht gehört habt, die euch aber wirklich maximalen Nutzen bringen. Und ich habe für euch am Ende sogar noch einen Bonus-Tipp. Also Tipp 7 ist ein ganz spezieller Tipp, den ihr auch ziemlich schnell umsetzen könnt. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dabei. Bevor wir aber zu den konkreten Tipps und Handlungsempfehlungen kommen, die ihr wirklich 1 zu 1 umsetzen könnt, ist es ganz wichtig zu verstehen, welche Wichtigkeit und welchen Stellenwert der Schlaf hat. In unserer Gesellschaft ist es ja so ein bisschen so verankert, dass es als Schwäche gilt, wenn man viel schläft. Dass man ja faul ist, wenn man mehr als 6-7 Stunden schläft. Und viele sind auch der Meinung, man müsse wenig schlafen, um mehr arbeiten zu können, um mehr trainieren zu können, um seine Ziele schneller zu erreichen. Das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Und es gibt sicherlich die Beispiele, die wenig schlafen oder wenig geschlafen haben und trotzdem im Sport, im Business unfassbar erfolgreich geworden sind. Genauso gibt es aber auch die Gegenbeispiele. Bei den Sportlern ist es sowas wie ein LeBron James, wie ein Cristiano Ronaldo, die nicht einfach nur eine unfassbare Leistung bringt, sondern tatsächlich auch bis ins hohe Sportleralter unfassbar gut performen können. Bei Cristiano Ronaldo, dem sieht man es natürlich an. Der sieht unfassbar jung und ja, noch relativ frisch aus. Während andere Sportler in dem Alter schon längst ihre Karriere beendet haben. Genauso ist es aber auch bei Unternehmern. Schaut euch einen Mark Zuckerberg an, schaut euch einen Jeff Bezos an. Die sind körperlich super fit und in Form. Warum? Jeff Bezos beispielsweise berichtet, dass er mindestens seine 7 bis 8 Stunden versucht zu schlafen. Aber eins solltet ihr bitte niemals vergessen. Guter Schlaf ist kein Luxus, sondern gerade als Unternehmer, als Führungskraft, Selbstständiger, als Sportler ist es eure Pflicht. Und das ist mir ganz wichtig, dass ihr das versteht. Denn wenn ihr jetzt einfach das Video schaut und euch die Tipps vielleicht mal anhört, aber nicht wirklich umsetzt, weil ihr nicht tief verstanden habt, wie wichtig Schlaf für eure Leistungsfähigkeit, für euren Erfolg ist, dann werdet ihr das auch nicht so umsetzen, als wenn euch das wirklich bewusst ist. Und ihr werdet auch ganz anders mit dem Schlaf umgehen. Es wird eine Priorität für euch sein. Ich kenne Leute, die mir ständig erzählen, dass sie viel zu wenig Zeit zum Schlafen haben. Wenn man sich dann aber mal die Tagesstruktur anschaut, dann erkennt man, dass die Leute den Schlaf einfach nicht ernst nehmen. Und um es mal ganz deutlich zu machen, wenn ihr nicht optimal schlaft und vielleicht sogar noch zu wenig schlaft, dann kann und wird euch das Erfolg und vor allem auch viel Geld kosten. Denn wenn ihr selbstständig, wenn ihr Unternehmer seid und ihr scheint auf der Arbeit unausgeschlafen, nicht wirklich erholt, dann könnt ihr keine guten Entscheidungen treffen, geschweige dessen euch noch vernünftig konzentrieren. Einer der wichtigsten Assets, die ihr habt als Unternehmer, ist eure Entscheidungskapazität und die Möglichkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Und es ist genau wie im Sport. Es ist nicht derjenige, der am meisten trainiert oder der, der am härtesten trainiert, sondern der, der am klügsten, am besten trainiert und der auch wiederum die besten Entscheidungen trifft. Und deswegen ist gerade für einen Sportler Schlaf so unfassbar wichtig. Nicht nur, weil es den Hormonlevel, die körperliche Regeneration verbessert, sondern vor allem auch, weil ihr deutlich bessere Entscheidungen trifft. Und gerade im Sport, im Leistungssport gibt es eindrucksvolle Studien und Statistiken, die zeigen, je besser der Schlaf, umso geringer die Verletzungswahrscheinlichkeit. Und das Schlimmste für einen Sportler, was ihm in seiner Karriere passieren kann, ist, dass er sich schwer verletzt und vielleicht sogar seine Karriere beenden muss. Und genauso ist es für den Unternehmer, für den Selbstständigen, wenn der nämlich aus gesundheitlichen Problemen irgendwann ausfällt, wenn der irgendwann komplett ausbrennt, sich ein Burnout holt, dann ist es mit dem Geschäftsleben erstmal gelaufen. Zumindest bis sich der Körper wieder regeneriert hat. Und das kann tatsächlich Monate bis Jahre dauern. Deswegen hoffe ich, habt ihr jetzt verstanden, wie wichtig das Thema Schlaf ist und werdet die folgenden sieben Tipps auch wirklich umsetzen. Und Tipp Nummer 1, das ist, spät am Abend die Screen Time, also die Bildschirmzeit zu reduzieren. Habt ihr sicherlich auch schon oft gehört, aber ich werde euch jetzt nochmal kurz und knapp erklären, warum. Bildschirme senden relativ viel grelles Licht mit einem hohen Blaulichtanteil aus. Und dieses Blaulicht unterdrückt unsere Melatonin-Produktion, also unsere Schlafhormon-Produktion. Das bedeutet, wenn wir bis spätabends, 11, 12 Uhr, noch an den E-Mails sitzen, E-Mails bearbeiten oder irgendwas am Rechner machen oder vielleicht auch nur auf unserem Flatscreen unsere Netflix-Serie schauen, dann wird das massiv unseren Schlaf beeinträchtigen. Gleiches gilt, wenn wir nämlich bis kurz vorm Schlafen noch am Handy scrollen und irgendwas am Smartphone machen. Beim Smartphone ist es sogar noch ein bisschen schlimmer, da wir das so nah vor den Augen halten. Und selbst wenn wir das Gefühl haben, dass wir trotzdem danach relativ schnell einschlafen können, ist tatsächlich der Tiefschlaf vor allem beeinträchtigt, weil der Körper nicht mehr richtig in den Tiefschlaf gelangt. Also nur weil man danach gut einschlafen kann, heißt das nicht, dass der Schlaf nicht trotzdem beeinträchtigt ist. Plus man muss auch sagen, dass da maßgeblich auch Zeit verloren geht. Der erholsamste Schlaf ist nämlich vor 11 Uhr. Das heißt, wenn es euch möglich ist, solltet ihr versuchen, vor 11 Uhr schlafen zu gehen. Wenn wir jetzt allerdings noch den Netflix-Marathon starten, dann führt das oftmals dazu, dass wir halt viel zu spät ins Bett gehen. Und das, sind wir mal ganz ehrlich, ist eine der einfachsten Methoden, einfach ein bisschen mehr Schlafqualität und Quantität rauszuholen. Tipp Nummer 2, das ist E-Smog reduzieren. Ich habe dazu einen kompletten Blogartikel. Wenn euch das Thema interessiert, dann klickt gerne danach dem Video unten unter dem Link in der Beschreibung. Da habe ich den Link zu diesem Blogartikel, wo ich erkläre nochmal, was E-Smog eigentlich ist. Kurz und knapp, es verschlechtert deutlich unseren Schlaf. Warum? Weil es unsere Gehirnwellen aktiviert bzw. beeinträchtigt. Wir brauchen zum Schlafen ungefähr eine Hirnfrequenz von 0,3 bis 2 Hertz. Sowas wie Handys oder Smartphones, WLAN-Router senden eine Frequenz von 1 Gigahertz, also eine Milliarde Hertz aus. Und das beeinträchtigt natürlich massiv unseren Schlaf. Das bedeutet ganz konkret, ihr solltet sämtliche elektronischen Geräte aus dem Schlafzimmer verbannen. Falls ihr euer Handy benötigt, um morgens den Wecker zu stellen, dann solltet ihr das Handy auf Flugmodus schalten und auch hier trotzdem ein kleines Stück vom Bett entfernt legen. Was man auch machen kann, ist, wenn man im Haus WLAN hat, dass man das Ganze nachts ausschaltet. Das heißt, einen Timer einstellt, sodass das WLAN nachts nicht mehr aktiv ist. Und das kann tatsächlich den Schlaf massiv verbessern. Tipp Nummer 3, das ist nicht zu spät Koffein konsumieren. Ich trinke sehr gerne Kaffee, ich genieße Kaffee, aber ich habe mir angewöhnt, nicht später als 14 Uhr Kaffee zu trinken. Warum? Koffein hat eine Halbwertszeit von 4 bis 6 Stunden. Das bedeutet, wenn ihr um 17 Uhr noch eine große Tasse Kaffee trinkt, dann kann es sein, dass ihr um 22 Uhr immer noch die Hälfte des Kaffees oder die Wirkung des Kaffees verspürt. Und das beeinträgt natürlich massiv unseren Schlaf. Und hier eine ganz wichtige Faustformel. Wer mehr als 3 Kaffee pro Tag trinkt, der hat aus meiner Sicht ein Problem. Beziehungsweise der sollte unbedingt auf seinen Schlaf achten. Wenn ihr Kaffee gerne trinkt und das Ganze wirklich genießt, so wie es bei mir der Fall ist, dann alles super. Dann könnt ihr weiterhin Kaffee trinken. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht wirklich Kaffee und ihr trinkt mehr als diese 2 bis 3 Kaffee pro Tag, dann solltet ihr unbedingt auf euren Schlaf achten. Punkt Nummer 4. Oft vergessen, kein zu spätes Training. Wenn ihr um 8 oder 9 Uhr von der Arbeit nach Hause kommt und dann nochmal joggen gehen wollt oder dann nochmal ein hartes Workout machen möchtet, ich würde es euch nicht empfehlen. Warum? Wenn wir zu spät am Abend die Herzfrequenz hochtreiben, das Nervensystem aktivieren, dann führt das nicht nur dazu, dass wir schlechter einschlafen, sondern auch wiederum eine erhöhte Herzfrequenz über die Nacht haben und deutlich schlechter schlafen. Ja, es ist Fakt. Wenn ihr leichtes Training macht, ganz moderates Ausdauertraining, vielleicht ein Spaziergang, das kann sogar dabei helfen, dass ihr besser schlaft, auch wenn wir es spät am Abend machen. Aber alles, was die Herzfrequenz hochbringt, also alles, was in Richtung Ausdauertraining, HIT-Training geht und auch schweres Krafttraining, weil wir da das zentrale Nervensystem aktivieren, solltet ihr spät am Abend vermeiden. Wenn ihr es ansonsten nicht schafft, weil ihr, wie gesagt, sehr spät arbeitet, dann ganz klar, dann müsst ihr morgens trainieren oder müsst eine Lösung im Laufe des Tages finden. Aber wer um 22 Uhr noch wirklich ein hartes Workout startet, der schadet damit massiv seinem Schlaf, seiner Gesundheit, seinem Energielevel. Punkt Nummer 5 und das ist den Schlaf zu tracken und tatsächlich zu messen. You can't manage what you can't measure. Und viele Leute behaupten auch immer zu mir, ja, ich schlafe doch eigentlich ganz gut. Ist das jetzt was Objektives oder ist das ganz einfach deine Meinung? Bei 99% der Leuten ist es einfach ihre Meinung. Ja, sie glauben, sie meinen, dass sie gut schlafen. Um es mal krass auszudrücken, ein Alkoholiker, der jeden Tag Alkohol trinkt und noch nicht verstanden hat, dass das nicht gut ist, der wird euch wahrscheinlich auch sagen, ich habe damit kein Problem. Genauso wie jemand, der einen riesen Bierbauch vor sich her schiebt, der wird vielleicht auch sagen, ach ja, mir geht es eigentlich gut, ich habe eigentlich genug Energie. Warum? Weil sie nicht wissen, wie es anders ist. So, man hat sich halt einfach an den Zustand gewöhnt. Das heißt aber nicht, dass es gut ist. Und deswegen bin ich ein riesen Fan von solchen Trackern. Ich nutze persönlich einen sogenannten Aura Ring. Es gibt auch sowas wie ein Whoop Band, bin ich ein großer Fan davon. Apple Watches und so weiter, könnt ihr das Ganze auch messen. Und was ich festgestellt habe, als ich jetzt längere Zeit meinen Schlaf getrackt habe, dass das Ganze auch wirklich Spaß machen kann. So ein bisschen dieses Thema der Gamification. Und was ich zusätzlich zum Aura Ring nutze, ich gucke mir das Ganze nicht nur in der App an, sondern ich trage das in eine Excel-Tabelle ein. Also ich habe ein Schlaf-Tracking-Sheet, wo ich die wichtigsten Werte regelmäßig eintrage. Weil so kann ich auch genau beurteilen, welche Tipps und welche Dinge, die ich umstelle, meinen Schlaf auch wirklich verbessern. Und deswegen den Schlaf zu tracken, das Ganze einzutragen, ein absoluter Game-Changer. Und genau deswegen habe ich euch auch die Excel-Liste unten als kostenlose Excel-Datei zur Verfügung gestellt. Zum Download, das heißt unten unter dem Link in der Beschreibung, könnt ihr euch die Liste kostenlos runterladen. Ihr braucht nicht unbedingt einen Aura Ring, es geht auch mit anderen Mitteln. Theoretisch, wenn ihr noch nichts habt, könnt ihr trotzdem anfangen und eintragen, wann seid ihr schlafen gegangen, wann seid ihr aufgewacht, wie fit fühlt ihr euch. Und so könnt ihr das eben deutlich besser messen und tracken. Und wie gesagt, es macht auch tatsächlich durch diesen Effekt der Gamification Spaß und ihr könnt so deutlich euren Schlaf verbessern. Tipp Nummer 6, und das ist gerade für Unternehmer, für Selbstständige, für Führungskräfte ein absoluter Game-Changer. Ja, das ist den nächsten Tag zu planen. Und vielleicht kennt ihr das. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare unten schreiben, dass man abends im Bett liegt und so ein Gedankenkreisen hat. Oder nennt man auch Gedankenkarussell. Dass man vielleicht den nächsten Tag schon im Kopf durchgeht, dass man vielleicht auch noch versucht, die Probleme des Tages irgendwie zu lösen. Und dann ist es natürlich unfassbar schwer einzuschlafen, wenn einem die Gedanken durch den Kopf gehen. Und man kann diesen Gedankenstrom einfach nicht stoppen. Und glaubt mir, die Lösung dafür ist ein Tagesplaner. Das bedeutet, den Tag wirklich zu planen, eine To-Do-Liste zu machen und vor allem auch zu planen, was mache ich wann, sodass man ruhigen Gewissens ins Bett gehen kann, schlafen kann und weiß, was morgen zu tun ist. Und deswegen habe ich euch auch hier meinen Tagesplaner, den ich persönlich nutze, gratis zur Verfügung gestellt. Das heißt, unter dem Link in der Beschreibung müsst ihr auf den Link gehen. Könnt euch das Ding gratis als PDF runterladen, ausdrucken und mir gerne als Feedback in die Kommentare reinschreiben, wie sehr das euren Schlaf verbessert hat. Punkt Nummer 7. Und jetzt kommt der Bonus-Tipp. Und das sind medizinische Mundpflaster. Ich habe in letzter Zeit öfters mal Fragen dazu bekommen. Und das ist schon ein Thema, was ich eigentlich sehr lange schon behandle, aber was in den Medien, im Mainstream sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und ich kann euch auch erklären, warum. Man kann damit nicht wirklich viel Geld verdienen. Es ist relativ einfach zu nutzen und es kann massiv viele Schlafprobleme lösen. Ganz grob erklärt, es führt dazu, dass wir nachts automatisch durch die Nase atmen. Und in dem Moment, wo wir durch die Nase atmen, haben wir eine niedrigere Herzfrequenz und wir verlieren weniger Flüssigkeit. Wenn wir nämlich durch den Mund atmen, verlieren wir viel mehr Wasser, viel mehr Flüssigkeit. Das kennt ihr, gerade wenn es im Winter kalt ist und ihr vor eine Fensterscheibe atmet und durch den Mund atmet, dann beschlägt die Scheibe, weil wir viel mehr Wasser verlieren. Und dann ist man am nächsten Morgen dehydriert. Das heißt, wenn ihr morgens mit einem trockenen Mund aufwacht, dann ist es ein ganz schlechtes Zeichen bzw. ein Zeichen dafür, dass ihr morgens dehydriert seid, weil ihr nachts durch den Mund geatmet habt. Und deswegen würde ich euch unbedingt empfehlen, ein medizinisches Mundpflaster zu nutzen. Ich werde jetzt auch häufig immer gefragt, welches Produkt nutze ich denn? Was kann man nutzen, wenn man zum Beispiel auch ein Bart hat? Bei vielen halten diese klassischen Mundpflaster nachts nicht. Da habe ich tatsächlich jetzt ein Produkt gefunden bzw. eine Kooperation mit einer Company gestartet, Eurosleep Company. Ich habe euch den Link unten mal in die Beschreibung zu den Produkten gepackt. Mit meinem Code bzw. mit dem Affiliate-Link erhaltet ihr 20% auf eure Bestellung. Probiert das sehr gerne mal aus und schreibt mir auch hier Feedback unten in die Kommentare rein, wie sehr das Ganze euren Schlaf verbessert hat. Und das waren die sieben Tipps. Und ganz ehrlich, wenn das Video jetzt schon nicht so lange wäre, dann könnte ich euch noch deutlich mehr Tipps geben. Und es gibt viel mehr Strategien, Tipps, Dinge, Hacks, die man nutzen kann, umsetzen kann, um seinen Schlaf zu verbessern, um leistungsfähiger zu sein, körperlich fitter zu sein, gesünder zu sein und bessere Entscheidungen im Business, im Sport und im Privatleben zu treffen. Und deswegen erhalten Coaching-Mitglieder auch einen kompletten Schlaf-Guide, also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man wirklich seinen Schlaf deutlich verbessert, um am nächsten Tag maximal leistungsfähig zu sein, um im Sport besser zu performen, im Business besser zu performen und deutlich fitter und gesünder zu sein. Und wie ihr eure Leistungsfähigkeit maximal steigert, abgestimmt auf euren Alltag, das möchte ich euch in einem kostenlosen Coaching-Call erklären und mit euch gemeinsam erarbeiten. Ihr könnt euch für eine Strategie-Session unten unter dem Link in der Beschreibung bewerben und wir sprechen über eure Zielsetzung und was ihr konkret tun könnt, um das möglichst bald zu erreichen. Wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, welche Tipps, Tricks und Hacks ihr persönlich noch verwendet, um euren Schlaf zu verbessern. Ansonsten abonniert den Kanal, bleibt auch dabei, schaut auf Instagram unter strong-together-pt vorbei. Das war es von mir, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!